Moin Moin und willkommen zu einer Spezialausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico, Jens kennt da auch von den anderen Videos und wir haben uns einfach gedacht, jetzt machen wir ein Special mit Verlosung. Heute geht es erstmal um die 100 Abonnenten, beziehungsweise mittlerweile haben wir jetzt schon 148. Vielen Dank an die ganzen Leute, die uns überhaupt abonniert haben. Ohne euch würde das hier alles gar nicht funktionieren. 148 Abonnenten, ist das geil. Ich finde das so geil. Das freut mich. Das ist der absolute Hammer. Ihr seid die Besten. Ja, nochmal einen besonderen Dank natürlich an all die Leute, die uns hier Feedback gegeben haben über die Kommentarfunktion. Auch mal gesagt haben, was super ist, was nicht so toll ist. Wir arbeiten natürlich ständig an der Qualität und an uns selber. Das ist ja natürlich klar. So eine Kritik finden wir klasse, weil nur so werden wir jetzt besser. Und dadurch, dass wir es nicht so dicke haben... Rico hat es nicht so dicke. Ich war für 50 Euro. 20 Euro für den Gewinner. Ich hoffe, dass es... damit kommt ihr klar, das passt. Nee. Doch, wie diese Verlosung überhaupt funktioniert, das erklärt euch Jens. Also, es gibt erstmal keine Altersbeschränkungen. Ihr braucht natürlich einen Amazon-Account. Irgendwie müsst ihr ja den Amazon-Gutschein, den 20 Euro-Gutschein einlösen können. Oder ihr macht das halt per... ...Modi oder Fadi, die das dann halt für euch einlösen. Ja, und... ...und... ...die Überlegung ist, um daran teilnehmen zu können, einmal dieses Video hier teilen, per Facebook. Dann... ...müsst ihr den Kanal abonniert haben. Und... ...von diesem geteilten Video auf Facebook darf man einen Screenshot machen. Und an... ...unser wunderschönen E-Mail-Adresse... ...zweitestpiloten.gmail.com Einfach schicken. Ihr habt Zeit bis zum 2.8. 14 Uhr. Denn... ...am 2.8. machen wir nämlich das Verlosungsvideo. Und... ...ich meine danach... ...noch eine E-Mail abzuschicken, macht ja nur keinen Sinn. Genau, und dann am 3.8. 14 Uhr. Also, heute in einer Woche, am Montag, kommt dann halt das Verlosungsvideo raus. Und so gegen 14 Uhr, ähm, ich werde mich bemühen, äh, bekommt dann auch der Gewinner seine 20 Euro. Gibt's sonst noch was zu sagen? Die Videos kommen in Zukunft immer am Montag und Donnerstag. Gegen 14 Uhr werden die veröffentlicht. Genau. Ansonsten natürlich an dieser Stelle... ...abonniert den Kanal. Liked ihn. Teilt das weiter. Verbreitet die Videos, äh, wenn euch die Videos gefallen. Schreibt Kommentare. Gibt uns... ...irgendwelche Sachen, die ihr gerne mal getestet haben möchtet. Damit ihr uns das mal ganz genau angucken könnt. Das ist alles gesaft, oder? Ja, das ist okay. Die Musik. Jä Cabela. Fellow. Liked ihn. ... Zised ist er. ... Vielen Dank.